Beginnen wir mit der Untreue. Was versteht man darunter? Nun, Untreue ist eine Art Generaltatbestand geworden. Es gibt den bösen Satz, Untreue passt immer. Untreue ist letztlich Schädigung fremden Vermögens durch Verletzung der sogenannten Vermögensfürsorgepflicht. Jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand, jeder Aufsichtsrat hat das Vermögen des Unternehmens zu schützen. Und wenn er das nicht tut, ist er wegen Untreue ziemlich schnell mit dabei. Denken wir an den Fall Ackermann. Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, Vorstände, Aufsichtsräte haben sich zu verhalten wie Gutsverwalter und nicht wie Gutsherren. Es ist nicht ihr Geld, mit dem sie hier umgehen, sondern es ist das Geld der Aktionäre, des Konzerns, des Unternehmens. Und darauf haben sie ihr Augenmerk zu richten. Die Grenzziehung ist da, wo erlaubtes Risiko existiert. Risiko ist unserem Wirtschaftssystem immanent. Wir brauchen es, um unsere Wirtschaft weiter fortzutreiben. Das heißt, auch die Rechtsprechung und die Gesetzgebung akzeptiert Risiko. Erst dann, wenn man letztendlich Risiken eingeht, die unverantwortlich sind, beginnt das Strafrecht. Muss auch sein. Auch unternehmerische Fehlentscheidungen müssen möglich sein. Und nicht bei jeder unternehmerischen Fehlentscheidung muss eine strafrechtliche Sanktion folgen. Die Grenze ist nur dort, wo Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit eine Rolle spielt und dementsprechend das Vermögen des Unternehmens geschädigt wird. Dann wird es strafbar. 2, 1. 2, 3, 2. 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20. Vielen Dank.